Im Norden der Stadt Freiberg befindet sich das Domizil des Tierschutzvereins Freiberg e.V., der 1990 gegründet wurde. Am Rande des Fürstenbusches betreibt der Verein das Tierheim Albert Schweitzer. Am 12. März 2018 feiern die Tierschützer das 25-jährige Jubiläum des Tierheimes, welches sich auf dem Gelände einer ehemaligen Schweinemastanlage befindet. Jedes Jahr betreuen die Tierpfleger über 250 Katzen, Hunde und diverse Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Wellensittiche. In der Regel beherbergt das Tierheim rund 18 Hunde und 27 Katzen und ein paar kleinere Tiere. Zusätzlich bietet der Verein eine Urlaubsbetreuung für Tiere an und hält dafür ein paar Räume vor. 2017 musste der Verein einen Hundeauslauf im Tierheim erneuern, weil Kanalrohre und der Betonboden brüchig geworden sind. Daher wurde der Streunerstein ins Leben gerufen. Spender können so ihre Namen in einen Klinkestein brennen, wenn sie mit einer größeren Spende den Bau des neuen Hundeauslaufes unterstützten. Mit der Aktion konnte der Verein 32.000 Euro sammeln. 123 Spender entschieden sich für einen individuellen Streunerstein und verewigten sich mit ihrer Wunschinnenschrift auf dem Vorplatz des Tierheims Albert Schweitzer. Im Tierheim befindet sich auch der junge Rüde Diego, für den das Tierheim neue Besitzer sucht. Melanie Walter, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, möchte ihren besonderen Liebling heute vorstellen und auf den temperamentvollen Rüden aufmerksam machen. Diego ist ein Schäferhundmischling. Er ist ungefähr anderthalb Jahre alt und kommt ursprünglich aus Spanien. Er wurde als Abgabehund bei uns abgegeben, da die Familie aus zeitlichen Gründen Diego nicht mehr halten konnte. Auf jeden Fall keine Zwingerhaltung, eventuell eine Wohnung oder aber auch ein Haus mit Grundstück, wo er dann auch rumtoben kann, natürlich umzäunt. Also er kann zu Kindern, aber eher zu größeren, ungefähr ab zwölf Jahren und sollte eben nie als Kuscheltier behandelt werden. Der Diego ist ein sehr temperamentvoller Hund, aber auch neugierig. Also er setzt seinen Kopf durch, wenn er was Neues sieht und will das sofort entdecken. Außerdem sollte die neue Familie mit ihm die Grundkommandos weiterhin üben, eventuell auch eine Hundeschule besuchen. Und wir denken, dass Diego sich auch für Hundesport eignet. Und man sollte beachten, dass er Türen aufmachen kann. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017